Kommen wir nun zu einer kryptografischen Lösung der Sicherheitsprobleme von DNS, genannt DNSSEC. Wir werden zunächst auf die Details eingehen. DNSSEC wird schon eingesetzt in der Praxis. Aber am Abschluss noch mal diskutieren, inwieweit das jetzt wirklich die Probleme des gesamten Domain-Name-Systems lösen kann. Bei DNSSEC kommen digitale Signaturen zum Einsatz. Also wir werden erklären müssen, wie wir diese Einträge in den Zone-Files, die dann als Antwort auf eine DNS-Querie ausgegeben werden, signieren können, in einer Art und Weise, die das Funktionieren des DNS nicht beeinträchtigt. Zunächst ein paar Fakten zu DNSSEC. Der erste stabile Standard zu DNSSEC wurde in RFC 2535 spezifiziert. Das war im Jahr 1999. DNSSEC ist also seit gut 20 Jahren eigentlich stabil. Es wurden verschiedene Änderungen vorgenommen, es wurden die Resource-Records umbenannt, es wurden Details geändert und einige Datenschutzverbesserungen wurden vorgenommen und der aktuelle Stand ist in den RFCs 4033 bis 4035 und RFC 5155 definiert. Die Prinzipien, die für DNSSEC eingewandt wurden, sind folgende. Das soll aber so geschehen, dass Signaturen vorberechnet werden können und im Zone-File gespeichert werden können. Also es soll keine digitale Signatur on the fly erstellt werden. Das würde die Last auf den DNS-Servern zu sehr erhöhen und für Denial-of-Service-Angriffe Tür und Tor öffnen. Die Probleme, die dabei gelöst werden mussten und auch erfolgreich gelöst wurden, sind folgende. Wie geht man mit negativen Antworten um? Also etwa der Antwort, dieser Domain-Name existiert nicht. Wie signiert man das? Da es ja viele mögliche negative Antworten gibt. Es gibt mehr nicht existierende Domains als existierende. Und das zweite Problem ist, wie wird eine Vertrauens-Hierarchie etabliert? Das heißt, wie müssen die Signaturen validiert werden, damit am Ende der DNS-Server sicher ist, einen authentischen Datensatz erhalten zu haben? Bevor wir diese Fragen beantworten, schauen wir uns erstmal ein kleines Beispiel an. Dieser Folie ist eine leicht erweiterte kleine Zone-File dargestellt. Also diese Datei ist um einige Einträge erweitert. Das betrifft aber nur zwei Mail-Exchange-Records, die hier angegeben sind und einen IPv6-Eintrag. Ansonsten ist das das gleiche Beispiel, das wir in dem ersten Video zu DNS gesehen hatten. So sieht die unsignierte Zone-Datei aus. Und wenn wir sie signieren, dann sieht sie hinterher so aus. Und das heißt, das ist hier ein echtes, eine echte Signierung, fand hier statt. Es wurde Bind9-Utils verwendet in der Version 9.11.3. Und Sie sehen, die Datei wird zuerst mal viel, viel größer und enthält viel, viel mehr Informationen. Und wie es genau dazu kommt, dass diese Datei so sehr viel größer wird, das möchte ich Ihnen gleich mal an kleineren Beispielen erklären. Wie geht man vor, um einen Zone-File zu signieren? Man muss eine bestimmte Reihenfolge von Schritten einhalten. Zunächst einmal werden die RR-Sets der Zonendatei nach ihrem Namen sortiert. Diese Sortierung erfolgt nach einem bestimmten Muster. Zunächst werden alle Namen, Fully Qualified Domain Names, nach der Anzahl ihrer Labels sortiert. Das heißt, die zwei Label-Namen wie example.com stehen vor den drei Label-Namen. Bei gleicher Anzahl von Labels werden die Namen nach ihrem ersten Label lexikografisch sortiert. Das Ganze ist wichtig. Wir brauchen eine zügliche Anordnung. Also wir müssen genau wissen, was bei dieser Ordnung, welcher Resource-Record als nächstes kommt, damit wir Aussagen über nicht vorhandene Domain-Namen treffen können. Zu jedem der bereits vorhandenen Resource-Records wird ein weiterer Eintrag generiert, ein INSEC-Eintrag. Dieser Eintrag wird dazu verwendet, um Anfragen für nicht existierende Domains zu beantworten. Es wird also nicht mehr einfach nur gesagt, diese Domain existiert nicht, sondern es wird gesagt, die nächste existierende Domain ist folgende. Jedes R-Asset, das heißt, jeder ursprüngliche Eintrag, jede Gruppe von Einträgen, die ein R-Asset bilden und diese INSEC-Einträge werden signiert. Das heißt, wir haben eine Vervierfachung der Einträge. Wir hatten ursprünglich einen Eintrag. Durch die Einführung der INSEC-Resource-Records ist das verdoppelt worden. Jetzt erhält jeder dieser Einträge noch einen Signatur-Resource-Record. Wir haben also eine Vervierfachung der Einträge in der Zonendatei. Diese neuen R-Assets haben die gleiche Struktur wie die alten. Sie können also problemlos gecached werden. Und das war ja ein Hauptziel bei der Konzipierung von DNSSEC. Schauen wir uns das mal im Detail an einem kleinen Beispiel an aus dem Resource-Record zu host3.example.com Wir haben die Einträge schon lexikografisch sortiert. Wir wissen also, der nächste Eintrag in der Zonendatei nach host3.example.com ist host4.example.com Deswegen können wir jetzt ein INSEC-Resource-Record erzeugen und das Ganze in die Zonendatei einfügen. Dann wird das ursprüngliche Resource-Record signiert. Es wird ein RR-SIG-Resource-Record mit der Signatur eingefügt. Und schließlich wird auch das INSEC-Resource-Record signiert und auch hier ebenfalls ein RR-SIG-Resource-Record eingefügt. Wir haben jetzt schon drei neue Resource-Records kennengelernt. Im Detail werden wir die jetzt noch einmal beschreiben auf der nachfolgenden Folie. Das wichtigste neue Resource-Record ist sicher RR-SIG. Hier werden digitale Signaturen gespeichert. Und ich möchte an dem Beispiel der Signatur für host3.example.com mal die einzelnen Teile erläutern. Wir haben zunächst einmal Namen, Time-to-Live, Klasse und Typ des signierten Eintrags. Also hier wird angegeben, zu welchem Namen der Eintrag gehört. Die Signatur gehört also zum Domain-Namen host3.example.com. Dort gehört sie zu dem Address-Resource-Record. Und wenn es mehrere Resource-Records gäbe, die den gleichen Namen, die gleiche Klasse IN und den gleichen Typ A haben, dann würden die als Resource-Record-Set zusammengefasst und es würde nur eine Signatur generiert über diese. Das heißt, diese blau hinterlegten Angaben reichen, um das Resource-Record, das hier signiert wurde, eindeutig zu identifizieren. Es wird angegeben, welcher Signatur-Algorithmus verwendet wurde zur Erstellung der Signatur. Es folgt gleich noch eine Tabelle der möglichen Signatur-Algorithmen. Die Anzahl der Label im Namen des signierten Resource-Records wird angegeben. Das sind hier drei. Host3.example.com Die Original-Time-to-Live wird nochmal wiederholt. Und es wäre sonst unmöglich, also man müsste sonst entweder entscheiden, ob die Time-to-Live, dass die Time-to-Live nicht mit signiert wird. Dann könnte ein Angreifer hier die Zeit fälschen. Oder es wäre unmöglich, eine Signatur zu validieren, wenn der Time-to-Live-Eintrag schon dekrementiert wurde im Cache. Dann wäre die Signatur nicht mehr validierbar. Deswegen wird der ursprüngliche Time-to-Live-Wert, mit dem der in der Antwort, in der DNS-Response stand, der wird hier in der Signatur noch einmal wiederholt, um ihn zu dokumentieren, um eine Fälschung unmöglich zu machen und eine Signaturprüfung möglich. Eine Signatur hat eine bestimmte Gültigkeitsdauer. Die wird hier angegeben. Das sind hier Datums- und Zeitangaben, die hier grau hinterlegt sind. Und schließlich folgt noch der Name des Schlüssels. Also 56673 ist eine lokale Referenz, auf den Schlüssel, der zur Überprüfung dieser Signatur eingesetzt werden soll. Und example.com ist der Name der Zone, die Eigentümer dieses Schlüssels ist. Was hier bleibt, stark gekürzt in diesem Beispiel, ist die Signatur selbst, die hier Base64 kodiert angegeben wurde. Es gibt eine Liste von Signaturalgorithmen, die verwendet werden dürfen. Diese sind über verschiedene RFCs verstreut. In der Tabelle hier sind sie noch einmal zusammengefasst. Empfohlen werden RSA-Schar 1, RSA-Schar 256 und RSA-Schar 512 und das gleiche auch für ECDSA mit Schar 256 und ECDSA mit Schar 384. Es gibt viele weitere Werte, die verwendet werden können, aber das sind die empfohlenen Signaturalgorithmen. Wenn ich eine Signatur habe, dann brauche ich auch einen Schlüssel, um die Signatur zu validieren. Einen öffentlichen Schlüssel. Dieser öffentliche Schlüssel wird in einem DNS-Key-Resource-Record abgelegt. Das DNS-Key-Resource-Record wird unter dem Namen der Zone abgelegt. Da das gesamte Zone-File signiert wird, ist der Eigentümer des Signierschlüssels der Eigentümer der Zone. Das heißt, hier wird also der Eigentümer der Schlüssel ist der Eigentümer der Zone und er wird hier in diesem DNS-Key-Resource-Record noch einmal dokumentiert. Es kann verschiedene Verwendungszwecke für die Schlüssel geben. Also dieses DNS-Key-Resource-Record ist so konzipiert, dass es nicht nur für DNS-Seg verwendet werden kann, sondern auch zur Ablage beliebiger anderer öffentlicher Schlüssel. Hier wird aber der Wert 256 gibt an, dass das Ganze zum Signieren eines Zone-Files verwendet wird. Das Protokollfeld ist relativ langweilig. Es hat immer den Wert 3. Der Signatur-Algorithmus wird hier noch einmal angegeben, für den dieser Schlüssel erzeugt wurde. Und schließlich folgt der öffentliche Schlüssel als Hauptbestandteil des Datenteils. Damit haben wir jetzt digitale Signaturen und den öffentlichen Schlüssel, um diese digitalen Signaturen validieren zu können. Wir müssen jetzt noch den ominösen Datentyp NSEC erläutern, mit dem wir Fragen nach nicht existierenden Domains beantworten. In so einem NSEC-Resource-Record kommen zwei Domain-Namen vor. In unserem Beispiel host3.example.com als Name des NSEC-Resource-Records und host4.example.com als Wert des NSEC-Resource-Records. Die Bedeutung dieser beiden dieses Ressource-Records ist folgendes. Zwischen diesen beiden Domain-Namen liegen in der gewählten lexikografischen Ordnung keine weiteren Domain-Namen. Das heißt, wir können folgendes machen. Wenn eine Anfrage nach einem Domain-Namen gestellt wird, der nach der definierten lexikografischen Ordnung zwischen den beiden Werten liegt, dann wird in der Antwort der R-Data-Teil dieses Ressource-Records zurückgegeben, zusammen mit der Signatur, die in dem rr-sig Ressource-Record gespeichert ist. Als Beispiel, wenn der Server eine Anfrage nach host33.example.com erhalten würde, würde das lexikografisch zwischen host3 und host4 liegen und dann würde zurückgesendet werden nsec host4.example.com plus die Signatur und das bedeutet, dass es diesen Eintrag nicht gibt, weil der nächste gültige eben host4.example.com ist. Damit ergibt sich schon ein Problem. Domain-Namen sind ja eigentlich öffentlich, aber es kann doch ein Problem darstellen, wenn man relativ einfach den gesamten Namensraum, den eine Firma belegt, ermitteln kann. Das wäre mit den NSEC-Ressource-Records ja möglich. Ich muss einfach nur nach nicht existierenden Domains fragen und bekomme dann die nächste existierende Domain geliefert. Also ich kann einfach hingehen und kann eine beliebige zufällige Domain anfragen. die wird nicht existieren, dann bekomme ich den nächsten Domain-Namen zurück. Ich hänge da ein kleines xyz dran an den Domain-Namen, stelle wieder eine Anfrage, mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es das wieder nicht, ich bekomme den nächsten Domain-Namen geliefert. So könnte ich alle existierenden Domain-Namen relativ einfach herausfinden. Das hat man in der DNSSEC-Standardisierungsgruppe diskutiert und hat eine Lösung dafür gefunden und die Lösung heißt NSEC-3. Also NSEC-3 liefert nicht mehr den Domain-Namen der nächsten Domain zurück, sondern nur noch einen Hash-Wert. Dazu muss ein bisschen was verändert werden, wenn NSEC-3 verwendet werden soll, muss der Signierprozess anders gestaltet werden. Es müssen zunächst einmal die Hash-Werte aller Domain-Namen gebildet werden. Diese Hash-Werte ersetzen den Namen in den R-Assets. Genauer gesagt wird der Hash-Wert des ursprünglichen Namens, dem Fully Qualified Domain-Name des Eigentümers der Zone vorangestellt. Also der Domain-Name bleibt im Klartext erhalten, aber alle Sub-Domains werden gehashed und werden vorangestellt. Dann werden diese R-Assets lexikografisch nach den Hash-Werten sortiert. Damit hat man auch wieder so eine zyklische Ordnung und es wird nach jedem R-Asset ein NSEC3 Resource Record eingefügt, der auf den Hash-Wert des nächsten Eintrags verweist. Und diese R-Assets werden auch signiert. Man kann jetzt also nicht mehr schließen, was die nächste Domain ist, aber wenn man einen NSEC Resource Record zurückbekommt, dann weiß der Anfragende, dass die angefragte Domain nicht existiert in diesem Zone-File. Gut, damit haben wir den Teil Wie schütze ich die existierenden Ressource Records durch digitale Signaturen und wie kann ich negative Antworten signieren abgedeckt. Bleibt noch das Problem zu lösen, wie kann ich denn eine Vertrauenshierarchie etablieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Nameserver angreifer.org anfrage, dann hat er natürlich seinen eigenen Public Key definiert und kann mir den zurückliefern. Der Eigentümer einer Zone kann also beliebige Dinge signieren und ich weiß jetzt nicht, ob der Eintrag gefälscht ist, also ob der Schlüssel und die Signatur durch DNS Cache Poisoning entstanden sind oder ob sie legitim sind. Genau dieser Angriff soll ja verhindert werden. Deswegen brauche ich einen Vertrauensanker, mit dem ich den öffentlichen Schlüssel überprüfen kann, der mir von dem Nameserver zurückgegeben wird. Und dieser Vertrauensanker ist das Delegated Signer Ressourcer Gott. Dieser Eintrag wird im Zone-File der nächsthöheren Zone gespeichert. Also für example.com würde das Delegate Delegated seiner Ressourcer Rekord in der .com Zone gespeichert werden. Dort wird als Name für das Ressourcer Rekord der Name der Subdomain angegeben. Also die Subdomain von .com wäre example.com Das ist der Name der Zone die den Schlüssel verwendet dessen Hashwert hier gespeichert ist. Also was Sie hinten sehen ist der Hashwert des Public Keys. Der Name des Schlüssels wird nochmal wiederholt. Der wird ja auch in dem DNS Key Ressourcer Rekord mit ausgeliefert und steht in allen RASIC Ressourcer Rekords drin. Der Signatur Algorithmus wird hier wiederholt. Es wird noch eine Hashfunktion angegeben mit der der nachfolgende Hashwert berechnet wurde und schließlich ist der Hashwert des Schlüssels hier gespeichert. Der Schlüssel selbst ist in dem Zone File von example.com gespeichert und kann abgerufen werden. Seine Validität kann aber hier über diesen Hashwert überprüft werden. Damit haben wir die Verankerung in einer Art Schlüssel Hierarchie geschafft. Es ergibt sich jetzt aber ein sehr komplexer Validierungs Zyklus für ein einzelnes signiertes Ressourcer Record. Schauen wir uns mal an wie jetzt eine digitale Signatur für das ganz rechts unten stehende Address Ressourcer Record für www.example.com wie das validiert würde. An der Stelle sei gesagt, dass diese Validierung nur auf den DNS-Servern erfolgt. Die Resolver des Client-Betriebssystems validieren keine DNS-Sec-Einträge und bekommen die auch in der Regel nicht geliefert. Das ist also eine rein interne Sache zwischen den einzelnen Domain-Name-Servern, das verhindert, dass der Cache dieser Domain-Name-Server vergiftet wird. Wir starten jetzt rechts unten. Wir haben einen Resource-Record bekommen für die IP-Adresse zu www.example.com Dazu haben wir einen RASIC Resource-Record bekommen, in dem die Signatur für dieses A-Resource-Record entsteht. Die Signatur können wir jetzt prüfen mit dem öffentlichen Schlüssel, der in dem DNS-Key Resource-Record in dem gleichen Zone-File drinsteht. Das wird üblicherweise gleich mitgeliefert, aber diese Überprüfung sagt uns gar nichts. Das kann alles gefälscht sein. Ein Angreifer könnte den Cache-Poisoning angeverwendet haben, um beide Einträge, um alle drei Einträge zu fälschen. Den Address-Eintrag, die Signatur und den Schlüssel. Das kann er alles selbst erzeugt haben und mittels den Cache-Poisoning in einen Cache geschrieben. Also müssen wir weitergehen. Wir müssen jetzt den öffentlichen Schlüssel für example.com nochmal überprüfen. Das ist der zweite Schritt. Wir müssen jetzt den Hash-Wert bilden über diesen öffentlichen Schlüssel, der in dem example.com Zone-File gespeichert ist und müssen uns jetzt das Delegated Sign-E-Resource-Record aus der übergeordneten Zone holen. Da steht der Hash-Wert drin und wir müssen beide Hash-Werte vergleichen. Damit sind wir auch noch nicht fertig. Wir haben jetzt nur Hash-Werte verglichen. Wir müssen sicherstellen, dass dieses Delegated seiner Ressource-Record authentisch ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt zu diesem Delegated seiner Ressource-Record das entsprechende RR-SIG Ressource-Record holen, also die digitale Signatur und müssen diese digitale Signatur gegen das DS-Ressource-Record und den öffentlichen Schlüssel für die .com Domain prüfen. War auch diese Signatur Überbruchung erfolgreich, dann wissen wir immer noch nicht, ob der Schlüssel in der .com Zone authentisch ist, denn auch der wird gecached und wir erhalten diesen Schlüssel sehr wahrscheinlich aus einem Cache heraus und nicht von dem Original Name Server. Das heißt, wir müssen jetzt wieder überprüfen, ob diese gecachede Version nicht Ergebnis eines DNS Cache Poisoning Angriffs ist. Und müssen den Hashwert über den öffentlichen Schlüssel aus dem DNS Key Eintrag mit dem in der Root Zone File abgelegten Hashwert vergleichen. Ist auch dieser Vergleich erfolgreich, müssen wir eine allerletzte Überprüfung machen. Wir müssen nämlich die Signatur für dieses Delegated Signer Resource File überprüfen mit einem Schlüssel, der Out of Band übermittelt werden muss. Also hier können wir nicht mehr das Domain Name System verwenden, um den Schlüssel zu übermitteln. Dieser Schlüssel, der muss manuell in alle in die Software der einzelnen DNS Server eingegeben werden und ein Update dieser Schlüssel ist natürlich extrem kritisch und entsprechend schwierig. Der öffentliche Schlüssel für die Root Zone Files ist unser Vertrauensanker und diesen Vertrauensanker erreicht haben, dann haben wir die Validierung von DNS abgeschlossen. Also ein sehr komplexer Vorgang, der sehr, sehr viele weitere Schritte erfordert, um die Authentizität eines Eintrags zu überprüfen. Aber natürlich können diese Schlüssel, diese DNS Key Einträge, wenn sie einmal überprüft wurden, auch gecached werden und stehen dann für weitere Überprüfungen zur Verfügung. Dann muss nicht mehr die gesamte Vertrauenshierarchie durchlaufen werden, um hier ein Vertrauen herzustellen. Das war eine kurze Einführung in DNSSEC. Wo liegen die Probleme mit DNSSEC? Das erste Problem ist das Deployment. DNSSEC ist seit über 20 Jahren standardisiert, aber das Deployment stagniert bei einer niedrigen Prozentzahl, also zwischen 10 und 20 Prozent der Domains sind nur mit DNSSEC signiert. Die restlichen 80 Prozent sind unsigniert, das heißt, es gibt auch keine Methodik, nach der man feststellen kann, was signiert sein muss und was nicht. Das heißt, ich kann jederzeit den gesamten Mechanismus umgehen, indem ich einfach eine unsignierte Antwort schicke und der Empfänger weiß nicht, ob er da DNSSEC erwarten muss oder nicht. Bei einem riesigen Problem, riesigen System wie DNSSEC bleibt es natürlich nicht aus, dass gewisse kryptografische Probleme auftreten. Exemplarisch sei hier nur eine Untersuchung von der TU Darmstadt genannt. dort wurde DNSSEC untersucht, es wurden alle DNS Key Resource Records heruntergeladen und die Qualität der RSA-Schlüssel wurde untersucht. Also es wurde zum einen festgestellt, dass 90% aller Signaturen RSA-Signaturen sind und bei RSA-Signaturen kommt es darauf an, dass keine Primzahl im Modulus N, der aus zwei Primzahlen besteht, doppelt verwendet wird. Wenn eine Primzahl doppelt verwendet wird, kann man die Moduli durch eine einfache größte gemeinsame Teilerberechnung leicht faktorisieren und die zugehörigen Signaturverfahren werden unsicher. Das heißt, hier muss man sehr gut aufpassen und in dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass 66% dieser RSA-Schlüssel qualitative Mängel aufweisen, das heißt, hier stand drin, sie konnten potenziell gebrochen werden. Es war kein direkter Angriff möglich, aber es war doch bedenklich, sie lagen weit unter dem Standard, wie man sichere RSA-Schlüssel erzeugen sollte. Wenn Sie das interessiert, können Sie das in der herangegebenen Referenz nachlesen, das Ergebnis, was im Jahr 2017 publiziert wurde. Kommen wir zum Fazit. DNSSEC würde viele Probleme von DNS lösen, bis auf Denial of Service Angriffe, die könnten durch die Einführung von DNSSEC verstärkt werden, weil jetzt sehr viel mehr Antworten zurückgeliefert werden müssen als im einfachen DNS. Da es in 20 Jahren nicht geklappt hat, DNSSEC flächendeckend auszurollen, ist es eher unwahrscheinlich, dass es irgendwann in den nächsten Jahrzehnten klappen wird. Also wir werden mit der Tatsache leben müssen, dass DNSSEC ein Flickenteppich bleibt und es ist unwahrscheinlich, dass dieser Flickenteppich geschlossen wird. Es ist auch unklar, ob es wünschenswert wäre, dass er geschlossen wird, denn ein so großes monolithisches Vertrauenssystem wird sicher wieder ganz eigene Probleme mitbringen. Neuere Ansätze zur Absicherung von DNS gehen eher in eine andere Richtung. Zum Beispiel gibt es DNS over TCP als Idee. Warum nicht einfach TCP verwenden? Es ist auf alle Fälle wesentlich leichtgewichtiger als DNSSEC. Es dauert etwas länger, bis eine Antwort eintrifft, aber ich habe einen Schutz gegen IP-Spoofing und damit auch einen besseren Schutz gegen DNS-Cache-Poisoning- Angriffe. Oder ganz radikal auch DNS over TLS. Da denken einige Browser-Hersteller nach über diese Möglichkeit. Sie fragen also vom Browser aus, wird die Namensauflösung über TLS durchgeführt. Hier ist also ein Zugriff, ein Einschleusen von gefälschten Antworten nicht möglich. Das würde sogar Man-in-de-Mittel-Angriffe unmöglich machen. D- 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 D-